Oi, ehrlich! Alter Schwede! Wie soll denn das gehen? Ich muss es jetzt rückwärts machen. Ja, super, Moment. Ja, toll! Ich glaube, das wird nicht... Warte, das ist die Kamera. Ah! Die Räder sind... Ah, hier. Okay, okay. Es wird schon irgendwie gehen. Ich kann es nur ganz schlecht hier hochhalten. Moment, so. Ja, es geht, es geht, es geht. Es ist gar nicht so schlimm. Man muss nur ein bisschen umdenken. Das hat eben langsamer Fahrt. Die Räder. Och, nö, jetzt ausgerechnet an der Stelle, wo ich den bergen muss. Falsch. Oh, nein. Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Schaut einer auf die Uhr, bitte. Ja, meine Regie, bitte. Oh, okay. Ja, toll. Und wie soll ich den jetzt bergen, bitte? Äh... Mein lieber Freund hier... Ja, also ich hätte gedacht, an dem Hang oben nach rechts hochfahren und dann ziehen. Meinst du jetzt hier geradeaus? Oder rückwärts? Also den seiblich, äh, die Winde dran und dann rückwärts hier raus. Ne, ich hätte jetzt hier umgedreht, wenn ich es schaffe. Moment. Vielleicht im Rückwärts schaffe ich es, den Tatarin auch umzuschmeißen. Das wäre natürlich... Ja, das wäre wunder, aber es ist... Ja, ich weiß, du hast es schon mal geschafft. Äh, halb die... Ne, das ist vorwärts. Okay, das... Du hast hier den Wagen ziemlich in die Dicke... Dicke... ins Gefahren. Ja, ja. Aber so ziemlich. Ich habe einen Platten. Ja. Okay, das erklärt einiges. Keine Ahnung, rechts. Du hast den Ersatzhalten dabei. Ja, ja. Habe ich gerade gemacht. Ja, ich schaue jetzt mal, ob das irgendwie funktioniert. Ähm, hier den Hang hoch. Ja. Entschuldigung. Was ist überhaupt... Äh... Dankeschön. Daniaini hat 10-bit sketchiert. Hallo zusammen, Victorie gehste Gesicht mit umarmenden Händen. Dankeschön, Daniaini. Äh... Windenpunkt. Ah, wo ist Pixel? Ich bin doch gar nicht Kamera. Ja, ist heute gar nicht Kamera, was? Was? Ich bin heute doch kamerascheu. Kamerascheu, ja natürlich. Auch bin ich immer, ja. So. Aber, und ich habe schon wieder hier keine Sitzgelegenheit, deshalb bin ich hier so ein kleiner Zwerg am Rand. So. 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 Wo ist das jetzt? Übrigens, Dani, hallo. Freesync. Oh je, oh je. Freesync. Oh je, oh je. Wo soll ich denn da anfangen? Das, da müsste ich erst mal ein ganzes Video machen. Wobei mir fällt gerade auf, Frau Pixler hat auch ein Video darüber gemacht, oder? Unter anderem über Freesync? Nee, Freesync nicht, das ist speziell HDMI. Ja, das stimmt, ist egal. Freesync ist im Grunde eigentlich eine Technik von AMD, die unter anderem auch bei der Xbox unterstützt wird. Freesync sorgt dafür, dass quasi Bildraten geglättet werden, allerdings nur bestimmte. Okay, Fahrradantrieb nicht vergessen und der kippt. Ja, 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 ich war heiß. Ja, ich weiß. Ja, da, easy, alles cool. Ja, also. Ja, ganz einfach. Ja, ich bin ja nicht du. Haha, eine Frechheit ist das. So, den stellen wir jetzt hier mal ab. Ja. Jetzt kommt der Hund wieder nicht raus. Doch, doch. Problem ist bei Freesync, man braucht ein Spiel, das, also es macht keine Wunder, dieses Freesync, sondern das Spiel muss eh schon eine Bildrate haben von irgendwo 40 bis 60, soweit ich weiß. Und erst dann greift diese Technik und dann kann das quasi das glätten, also dass das so eine schwankende Bildrate quasi glatter aussieht. und das hat ein Problem eigentlich bei, beim PC geht das eher noch, aber bei Konsolenspielen ist es halt relativ, schon eher so ein Ausnahmefall eigentlich, wo das funktioniert, also das Gefühl. Ja, da kommt die Technikfrage. Ja. Aber ich verstehe die Frage nicht ganz. Achso, ob du das Ultra High Speed Kabel, ja ja, das brauchst du für 8K. ja, das Ultra High Speed Kabel. Eigentlich wollte ich doch nur kurz deine Mission fertig machen und dann eigentlich nach Alaska. Das ist so ein Müll. Ich dachte, das geht schnell. Du hast mir nichts davon erzählt, in welchem Zustand die Mission ist. Dann habe ich es vergessen. Ja. Du hast nur gesagt, ja, ich bin mitten in einer Mission, das kannst du ja, das kannst du ja doch schnell fertig machen, bevor es nach Alaska geht. Das war wahrscheinlich Absicht, weil du keine Lust hattest, den Karren aus dem Dreck zu ziehen und das mir überlassen wolltest. Ich tanke jetzt hier erstmal. Ja, es macht Spaß, haben sie gesagt. Genau so. Wieso kann ich eigentlich nicht Benzin hier auf meinem Laster anbringen? Das wäre doch eigentlich ganz praktisch. Nee, Moment, ich muss hier lang. Weil du fällst quasi jetzt links, wenn man gerne will. Den mir fällt gerade so ein, so nebenbei. Wie ist denn das so? Ich höre hier Musik im Hintergrund. So Country Music. Ich habe keinen Schimmer. Wobei auf YouTube war das auch immer drin. Ja? Das war eigentlich alles cool. Ja. Ja, weil ich also nicht, dass da irgendwie jetzt... Nee. Ich habe irgendwie Copyright Musik hier... Ja gut, bei Twitch geht es ja eh dahinter her. Hier liegen zwei... Zwei Ladungen liegen da einfach rum. Ja. Und hier liegt nochmal irgendwas rum. Ja, man hört die Musik. Ja. Ich hoffe, dass das... Aber du hast die nicht abgeschaltet bei YouTube, oder? Nee, ich habe das nicht abgeschaltet. Na gut, weil YouTube ist ja in Sachen Copyright sehr, sehr zuverlässig. Ja, und sehr pingelig. Und sehr pingelig, ja. Und wie pingelig. Also sehr, sehr pingelig. Nee, weil Twitch ist da ein bisschen eine Bitch bei sowas. Also die warnen dich nicht. Die sagen dir nicht, oh, hier ist Copyright Musik. Du kriegst einfach dann ein Claim. So. Wursch. Und jetzt, nachdem sie ja in letzter Zeit sowieso gerade rumspinnen in den USA mit ihren DMCA's. Also mit diesen Copyright Strikes. Und haben halt einfach mal lustigerweise alle Streamer angeschrieben mit, sie sollen doch bitte einfach ihre Videos löschen. Ich hoffe, hier kommt kein Hügel, weil ich glaube, das wird dann doch schwierig ohne Schneeketten. Und jetzt fällt das ein Leckerljahr. Und das wird dann schon gar breit, weiß ich. Ja, oder Leute, kennt ihr Hunde, die Leckerli bekommen, das dann auf den Boden legen und anbellen, bevor sie es essen. Also nicht so kleine Leckerlis. Also diese Crocs, die er immer manchmal im Stream bekommt, die nicht. Aber wenn es so Knabberteile sind, so ein bisschen größere. Dann, äh... Alter, willst du so Sorgen machen? Was soll mit Akira sein? Wie tut es denn gesund? Ja genau, der jagt sie. Ich glaube auch, weil er ist ja eigentlich Jagdhund und er hat auch einen ziemlichen Jagdtrieb. Aber es ist halt so Alborn, der legt sie auf den Boden und bellt die Arme. Sie ist immer so... Okay Hund, alles gut. Ja okay, ich hätte auch Schneekötten nehmen sollen, das ist doch etwas rutschig. Das ist doch ziemlich vereist, hätte ich nicht gedacht. Ich habe mir gedacht, naja, gut, Straße würde es schon gut gehen. Ich glaube, jetzt hört man es auch, dass er Knabber, oder? Danke schön, Dani Aini! Das ist doch ein weiteres Stück entfernt, als ich dachte. Das sah auf der Karte so nah aus. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Junke, das sieht nicht gut aus! Diese scheiß Anhänger! Dass die auch immer so kippen müssen! Okay, das ist doch ein bisschen enger, die Kiste hier, als ich dachte. Okay, ich glaube, das war jetzt aber auch die gefährlichste Strecke, oder? Hm, Wendekreis? Nein, nicht vorhanden. Oder zu viel Eis auf der Strecke. Oder? Ist doch hier, ja. Das sieht ein bisschen schief aus. Das wäre jetzt echt nicht so cool. Was ist hier los? Grafik? Nein. Ich weiß auch nicht, das sieht etwas seltsam aus hier. Naja, egal. Was? Nächstes Jahr in Fast and Furious? Wahrscheinlich nicht. Wir haben ja die letzten... Die letzten Teilen auch nicht. Ja doch, Teil 7 haben wir gesehen. Ab da eigentlich nicht mehr. Ich glaube, ich habe die letzten Teile tatsächlich irgendwo im Flugzeug gesehen. Echt? Ja. Oh, das ist aber schon länger her dann. Ja, das stimmt. Leute, ich brauche mal ein Minütchen Pause. Marco, du hast es auch 100%. Ei, ei, ei. Puh. Und wie lange war es bei dir, die Spielzeit? Also insgesamt? Was? Ich soll auch eine Pixel-Show machen? Aber dann würde ich ja wahrscheinlich nur alles wiederholen, was Pixel so erzählt hat. Ich bin stecken geblieben. Was für eine riesen Scheiße. Ja, ich habe es vorhin mal probiert. Haha, Tani, Eini. Dankeschön für die 100 Bits. Und ja, du hast recht. Aber vielleicht, vielleicht komme ich noch raus. Vielleicht. Mit Glück. Was ist denn das hier für eine Mann? Scheiße. Alter Schwede. Tja. Naja, ich fürchte, entweder der Truck ist... Es hat einen größeren Truck gebraucht, glaube ich. Oder doch Schneekern. Oder doch Schneekern, ja genau. Schauen wir mal, ob es so besser geht. Der ist zu schwer. Das ist echt zu schwer. Hm. Ach! Der Riegel irgendwie. Schauen wir mal, ob wir uns so vorpassen können. Stück für Stück. Malte. 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 entstanden, aber also, ich weiß nicht, es gibt dazu keine Infos. Dankeschön, Balters. Ach so, du meinst bei den Alerts oder was war das vorhin? Ich glaube, du musst irgendwie anklicken, dass du nicht anonym das machst. So, ich hoffe, die Winde reicht jetzt, bis du schließt. Reicht nicht. Na, gucken wir mal, ob das irgendwie so ist. Nein, das geht's doch nicht. Das wäre schon echt fies jetzt. Dankeschön, Balters. Das müsste da, wenn du das auswählst, müsste das dann stehen. Marco, ja, das kann man dann nur schätzen, so ungefähr, ja. 200, ja, das ist schon einiges, aber ich glaube, wir haben bestimmt auch ziemlich viel Zeit rein investiert. Also, wir haben doch bestimmt auch schon 50, 60 Stunden drauf, oder? Wenn nicht sogar mehr. Ich habe keinen gescheiten Windenpunkt mehr. Wo ist das denn? Oh, das stimmt. Das stimmt. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Balthas! Dankeschön. Ich, ich schaffe das schon noch. Ich komme hier schon noch irgendwie raus. So, Stück für Stück. Das muss gehen. Wird schon gehen, irgendwie. ich komme ja so millimeterweise komme ich ja irgendwie noch voran ich würde gerne da bis zu diesem mast kommen damit ich weil ich glaube wenn ich das schaffe gerade gerade so dass man es nicht aber vielleicht geht es zu den bäumen ja super gleich gerissen dankeschön war das ja genau aber hat ja geklappt vorhin da hat man ja deinen namen gesehen okay schauen wir mal noch mal so an dem baum sollte es aber doch gehen das müsste jetzt gehen und ich hoffe ich bin jetzt im reichweite von dem pfeiler da hinten ja danke dir es hat funktioniert leute ich hoffe ich hoffe dass keine solche stellen mehr kommen weil sonst bin ich ziemlich ziemlich am eimer also es sieht nach vorne etwas besser aus aber schneeketten hätten doch jetzt den matsch auch nicht geholfen oder also nicht wirklich nicht so richtig oder jetzt habe ich genügend pfeil zu ranziehen halle plus danke für den vollen dankeschön dankeschön walter wenn hier noch mal so eine stelle kommt wie die gerade dann bin ich ziemlich ziemlich am eimer ha also leute wenn ich diese stelle schaffe hier also überhaupt diesen weg ohne schneeketten dann wird es mich sehr wundern vorsicht vor dem baum schlafen vorsicht vor dem baum schlafen ja 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 okay ach Ginguras dieser roberto serrano der kanns echt mal langsam einpacken der nervt und nur noch weil ganz ehrlich ist also es ist doch schon lange ist ja schon aufgeflogen schon lange dass es einfach nur irgendein hansel war der einfach mit ein paar glücklichen oder durch Glück und Zufall Voraussagen plötzlich irgendwie Aufmerksamkeit bekommen hat und dann hinterher meinte, ach ich bin ja hier, ich bin ja ein Insider und keine Ahnung und das hat sich schon längst, schon längst hat er sich geoutet, also was heißt geoutet, unfreiwillig geoutet, dass er keiner ist. Oh Gott, das ist ja noch ewig der Weg. Ich bin ja weit gekommen. Kann ich nicht mit dem Tatarin hinfahren und dem Schneeketten bringen? Nee, das wäre aber echt eine gute Idee. Ja, weil also ich meine, ich meine, in echt geht das doch. Naja, wenn es jetzt nicht wieder so gerade wie vorhin wird, dann müsste es ja einigermaßen gehen. Moment, muss ich hier links? Oh, ich muss hier links. Aber bevor ich bin, ich bin jetzt vorbeigefahren. Oh, jetzt hast du den Hund wieder verschreckt. Nein, der war nicht mehr. Ich muss, aber warte, ich kann dir einfach so aufschreiben. Ach so, oder so. Äh. So eine lange Lüste. Ja. 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 Dankeschön, Balthas. Ach, okay. Okay. Ja, gut. Also, wie gesagt, mich würde es wundern, wenn es denn tatsächlich so wäre. Ich meine, ich war schon wieder falsch. Leute, was ist los mit mir? Mich würde es ehrlich gesagt wundern. Weil, wie gesagt, also, Vorgabe, die werden natürlich die Geräte schon da haben. Aber Vorgabe von Sony ist halt einfach, dass die erst am 19. released werden dürfen. Und die werden dann einen Teufel tun, das vorher rauszuschicken, weil Leute normalerweise bei so etwas, wenn die das machen, also, dann kann es sein, dass die heftige Vertragsstrafen zahlen dürfen, weil der Artikel einfach noch nicht für den Markt freigegeben ist, für den Zeitpunkt. Leute, Leute, was ist das hier für eine Straße? Das ist keine Straße. Wieso werden auf Karten Straßen angezeigt, die keine sind? Also, sowohl hier als auch auf Google Maps in echt. Und man fällt immer wieder darauf herein, oh Gott, wenn das klappt, ich weiß ja nicht. Ich bin normalerweise etwas optimistischer, aber aktuell ohne Schneeketten, ich bin mir gar nicht sicher mit diesem Schwertransport. Walters, ein 100 hat 10-Bit switchiert. Ich hoffe, du bist mir nicht böse Frau Pixel. Danke, Walters. Alles gut. Was? Wir haben zu viel Bierchen getrunken, Vagabonfarn? Ne, heute nicht. Also beim Halloween-Stream, da muss ich nicht sagen, also da. Oder beim Geburtstag-Stream, da haben wir was getrunken. Aber heute nein. Heute ist alles gut. Ich trinke ja Wasser. Ich trinke ziemlich viel. Oh, der sieht aus, als würde er kippen. Ich trinke ja ziemlich viel Wasser hier im Stream. Ich kann ganz kurz trinken. Das Pixel fängt beim Mediamarkt an, um Gottes Willen. Hilfe. Was soll er denn da machen? Leute vergrauen. Ich wäre froh, wenn die... Zumindest bei manchen Mediamärkten ist das ja so. Walters, ein 100 hat 10-Bit switchiert. Wie Sternchen, Sternchen, Sternchen. Dankeschön, Walters. Uh, das sieht schief aus, das sieht schief aus. Also wie gesagt, bei manchen Mediamärkten ist es ja so, dass die Bekäufer teilweise vor einem weglaufen. Also zumindest bei den Mediamärkten hier bei uns ist es manchmal schon echt traurig. Deswegen, ich habe eigentlich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren aufgegeben bei uns in den Mediamärkten. wie nach Beratung zu fragen oder irgendetwas. Weil A, wir haben sowieso keine Lust gehoben. Oh, oh, das ist gefährliche Schieflage hier. Das gefällt mir nicht wirklich. Alter Schwede. Nein, 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 nein. Nein, 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 nicht umkippen, bitte nicht umkippen. Leute, was zur Hölle? Ich lenke hier die ganze Zeit nach rechts. Äh, was stimmt mit diesem Auto nicht? Okay, jetzt rechts. Bitte fahr jetzt verflucht noch eins nach rechts. Der will nicht nach rechts fahren, der verarscht mich. Okay, langsam, langsam, langsam. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die das nicht machen. Also mich würde es sehr, sehr wundern. Puh, okay. Okay, geschafft. Das war jetzt aber echt eine ganz enge Kiste. Ich habe mich schon im Graben liegen sehen. Also, ich meine die Ladung. Ich war mir ziemlich sicher, das war es jetzt. Relativ sicher. Ach, gerade so noch geschafft. Puh, okay. Wer könnte denken, dass so ein lahmarschiges Spiel so spannend sein kann. Also ohne Action, ohne gar nichts. Und trotzdem, Leute, manchmal fliegt mir das Herz in die Hose. Danke schön, Balthas, danke schön. Ja, das war aber auch wirklich knapp. Vor allem nach dem Desaster, nach dem riesen Desaster drüben in Michigan vorhin, bin ich echt froh, dass das jetzt geklappt hat. Oh, das sieht jetzt aber auch. Puh, okay. Okay, okay, kriegen wir schon irgendwie hin. Ganz langsam, vortasten. Ich kriege da immer leichte Panikanfälle, wenn das Ding so in seine Schräglage geht. Oh Mann, oh Mann. Oh, das sieht nicht gut aus. Dankeschön, Balthas. Ja, das stimmt. Oh, ich sehe schwarz, Leute, ich sehe schwarz. Fuck. Könnte ich mich mit der Winde durchretten, meint ihr? Okay, 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 fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Puh, meine Fresse. Meine Fresse. Meine Fresse. Balthas 100 hat 15 Bits gecheert. Wie bist du auf Snowrunner gekommen? Dankeschön, Balthas. Dankeschön, Balthas. Vielen Dank.